Willkommen an der roten Front Du hast irgendwie den falschen Helm für die rote Front glaube ich, oder? Ich bin in der roten Armee, was zur Hölle? Ja, aber der Hut Der Hut ist doch genau richtig Weiß ich nicht, der sieht irgendwie so... Das ist die scheiß sowjetische Infanterie-Mütze, was willst du von mir? Keine Ahnung, wir wissen wie die sowjetische Infanterie-Maske aussieht Hier, das ist Natascha Es beginnt in 30 Sekunden Ja, wobei Sascha heißt sie, glaube ich Natascha ist schon die Bessere, beziehungsweise die Disload Ja, das ist einfach nur Sascha Also, ich nenne mich jetzt hier oben hin, und wenn sie herkommen, dann halt ich da rein, ne? Wirklich? Ich würde ich ihr irgendwie hierhin stellen Dann stelle ich mich ja da hin, aber Sascha kommt nicht so hoch Okay, pass auf, also wir machen jetzt folgendermaßen Ja, warten jetzt bis du hier rauskommst Ja, ich versteck mich hier im Eck Du versteckst dich hier, wo du mich heilen kannst, und ich fange sie damit... Du musst nur sagen, wenn du Uber brauchst, ne? Ach, jo Irgendwie kommen die nicht Na, die kommen schon noch Andere Seite? Warte Ich sehe Geschosse rauskommen Jetzt kommen sie! Ah, ich bin runtergefallen Ja, guck mal hinter dir Wo sind die denn alle? Ah, jetzt... Hinter dir, hinter dir, hinter dir Ah... 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 Auf geht's, auf geht's Und... Stirb doch! Töte! Da ist hinter dir ein Scout Ja Ich muss mich heilen Töten sie Töten sie Okay, rechts Töten sie Komm hinter dir, sind zwei Ah... Bist du... Es ist immer das Gleiche mit dem Scheiß Spy, weißt du... Du kannst nie mal irgendwie für zwei Sekunden in eine Richtung schauen, weil sofort ein fucking Spy kommt Ja Und dich einfach absticht, das ist echt lächerlich Oh shit, oh shit, oh shit, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben Label Rust Label Rust Hier, ich bin wieder da Ah, Commander Red ist hier da Der Held, der Rot nach mir hinter dir ist ein Scout Aber ist egal Boah, der ist auch was Ah, okay, ich heimlich mach Krieg den Scout hier Der ist hinter mir Von mir ist aber auch einer Ja, hier sind ganz viele Scouts, die beleben hier Das Ah, ich wurde Irgendwie von irgendeinem anderen Typen gefickt Also du solltest dich möglichst retten Also du hast keine Heel mehr, ne Ich hab keine Munition mehr Da unter der Treppe ist alles Los Commander Red Oh mein Gott Da ist der Dispenser, ich brauch Munition Ja, ich bin erstmal hier oben Wo bist du oben? Wo ist bei dir oben? Wo ist der Treppe? Hier bist du oben Ich bin oben Ich bin oben Ich bin oben Ich bin oben oben Und vom Fischismus Und vom Fischismus Weiß Ah, ich muss den ugly Goldfisch retten Warum, der ist wirklich ugly Ich sollte den nicht retten Der Gamepool sollte gereinigt werden Nein, wir diskriminieren da nicht, aber... Der Typ ist hässlich Ja und? Ich hätte mich mal darauf hinweisen, dass Lord Bob hier einen Dispenser, eine Sentry und einen Teleporter aufgebaut hat und damit sehr nützlich ist Yay Ja, man muss würdigen, wenn Lord Bob mal was richtig macht, weil ihr könnt ihn ja sonst nix Wieso wir? Ja, du und der Baumi Ihr bitch den immer an Warte, ich hab gleich Juba Ist da unten ein Sentry oder sowas? Ja Warte Du musst erstmal den Burning Arrow Ach komm Immer der gleiche Ja Der Koning, das bestimmt ein Holländer Der Koning? Ja, weil das klingt, das klingt so ein bisschen wie, wie, äh, hier, der König, weisch? Ja Ich glaube, ich kenne mir so vorstellen, dass das das Holländische ist, so Also, ich mag eigentlich holländisch nicht, aber das klingt immer so, so ein bisschen, irgendwie, als könnte ich das verstehen Also, ich find's jetzt klingt irgendwie immer so ein bisschen, ich find's, ich weiß nicht, jetzt ist es irgendwie mal unfreiwillig lustig Aber das fände ich jetzt, äh, Switzerditsch, das, das klingt immer ungewollt lustig Ähm, bei dir, alle klingt, wie gesagt Ja, weil, nicht unglaublich lustig, aber ungewollt lustig, weißt du Bist du wieder an der Front, hier? Ja Komm an, Red Schon immer noch Ich hätte dreimal hintereinander der scheiß, äh, Holländer da gekillt Das ist echt scheiße Glaub ich eigentlich, dass die dummen Boxhandschuhen schneller? Äh, wenn du die, die, ich hab' ja Den läuft so schneller Nehmen wir den schneller, auaah Ah, komm schon, der geht um, lebe Ja, dumme, dumme Alter, was? Krüpfig Fisch, go, go Oh shit, ich werd' gleich verrecken Der hat denn eine Sentry bei uns aufgebaut, die hat mich grade getötet Aber das war nur so eine kleine Billig Sentry Äh Oh der fällt ja wie so langsam 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 Verbrennen den, faggot Äh, ich finde die Boxhandschuhe aus Dann bist du eigentlich relativ schnell Äh Alter Endlich das steht dass die kleine mini fucking centric sind irgendwie schon ziemlich am verlieren ja ich weiß nicht aber wir sind auch ziemlich hart am rudern ja tu vielleicht ich bin die meiste zeit nur vom ok Kevin warte Kommando Red hier bin gleich Juba also dann rocken wir wieder ok geh jetzt links lang links lang geh jetzt um die Ecke und dann warte los renn und los ausmachen um die Ecke springen go 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 push 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 da ist noch um die Ecke einer oh ja ja und natürlich Alter viermal hintereinander immer der gleiche so hinter dich das lustige ist halt das bringt ihn überhaupt nichts was wenn ich jetzt jemand hinterein getötet hat also er hat seinem Team überhaupt nichts gebracht weil du so schlecht bist als er wie oder wie nein also ja ich mein das auch aber er hat auch einfach A2 überhaupt nichts dazu beigetragen naja es geht die haben die nicht einmal auch nur in die Nähe von dem Punkt gekommen aber es ist wessen schuld ist das ich würde sagen unter anderem seine weil ich meine wenn er irgendwie produktiv gewesen wäre hätten sie vielleicht mal ein bisschen einen Trip kann ich schon ein bisschen wir hätten ja öfters mich töten sondern statt dich ja aber ich bin ich bin da ich weiß gar nicht ob ich einmal jetzt gestorben bin in dieser Runde bin mir nicht sicher wir werden sehen medic for the win jANE 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 j건